Es gibt keine politischen Lösungen ohne Lösungen auf der Beziehungsebene. Solange eine Gesellschaft nicht in der Lage ist, sich gegenseitig die Wahrheit über ihre inneren Zustände zu sagen, solange gibt es für diese Gesellschaft keine friedliche Lösung. Solange gibt es Krieg, Ausbeutung, Verzweiflung, Leid, Krankheit etc. Erst wenn der ehrliche Austausch den öffentlichen Raum erreicht hat, sprich die Medien, wenn das passiert, erst dann kippt das Ganze. Die Strukturen, die jetzt am Werke sind, basieren darauf, dass es keinen ehrlichen Austausch gibt. Alles, was wir im Fernsehen sehen, fast alles, ist kein ehrlicher Austausch. Wir erfahren nichts von den wahren Zuständen der Menschen, die wir auf den Bildschirmen sehen. Wir erfahren darüber nichts. Selbst alternative Sendungen, selbst Talkshows mit Menschen, die aufgewacht sind. Es ist immer eine Maske dort zu sehen. Wir sehen nie die Menschen so, wie sie sind. Und darüber wird nicht gesprochen. Das erscheint nicht im Fokus. Es geht immer um etwas Externes. Das heißt, die Menschen treffen sich und reden über etwas Externes, was mit ihren Zuständen nichts zu tun hat. Und das ist langweilig. Das ist langweilig. Richtig spannend wird es, wenn wir Menschen sehen, die sich ehrlich austauschen. Im Fernsehen. Und vielleicht später auch in der Politik. Wobei ich glaube, dass das noch wahrscheinlich Jahrhunderte dauern wird. Aber irgendwann wird das zu sehen sein. Und die Politiker, das sind die, die am weitesten entfernt davon sind. Das sind die größten Problemfälle. Das sind die, die das am letzten, zuletzt lernen werden. Als allerletztes. Aber die werden das auch lernen müssen. Weil wenn die Gesellschaft damit begonnen hat und es in den Medien sichtbar wird und es in diesen Raum immer weiter eindringt, die Wahrheit, wie es uns geht, was da in uns los ist, dann sehen diese Figuren, die das nicht können, immer schräger aus, immer merkwürdiger. Und für die gibt es dann irgendwann keinen Platz mehr. Und wer das nicht kann, der wird zu einem Außenseiter. Wenn sich Menschen ehrlich austauschen, und da ist ein Politiker, der abstrakte Dinge formuliert oder Machtspiele spielen möchte, der ist wie außen vor, ist wie ein Außenseiter. Der wird nicht mehr gebraucht. So insofern müssen wir endlich aufhören, Probleme im Außen lösen zu wollen und stattdessen anfangen, uns mitzuteilen. Und das ist ja mein ganzes Bestreben, dass dieser Prozess endlich in den öffentlichen Raum gelangt, dass das öffentlich in den Medien zu sehen ist. Und das hat nichts mit Inhalten zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir unser Privatleben offenbaren. Sondern es geht immer nur um die Zustände jetzt. Das sind keine Inhalte. Wenn ich sage, mein Knie tut weh, das ist kein Inhalt, das ist kein Detail aus meinem Privatleben. Wenn ich sage, ich fühle mich traurig, ist es kein Inhalt aus meinem Privatleben. Das ist ein jetziger Zustand. Wenn ich sage, mein Geist produziert die Idee XYZ, hat das nichts mit meinem Privatleben zu tun. Ich erzähle nicht, was mir in meiner Kindheit passiert ist, ob mein Auto gerade kaputt ist und so weiter. Das wäre Inhalt, das sind Geschichten. Das wird überhaupt nicht gebraucht. Das stört sogar nur. Insofern ist das was ganz Einfaches. Es ist so einfach letztlich, so einfach. Und so mächtig. Extrem mächtig. Und um das voranzubringen, lade ich jeden, der dieses Video oder diesen Beitrag hört oder sieht, wirklich mal hinzuschauen in den Medien, was uns da gezeigt wird. Und genau zu untersuchen, wie eine echte Kommunikation dort verhindert wird. Das ist nämlich das, was wir überall sehen. Alles, was wir in diesen Medien sehen, ist ein Nicht-Kommunizieren. Wir sehen ganz viel. Es wird immer mehr, immer mehr Content, immer mehr Inhalt, immer mehr Ereignisse, immer schneller, immer bunter. Aber es gibt immer weniger echten Austausch. Und es ist absolut notwendig, dass wir alle beginnen, dorthin zu schauen und zu gucken, was genau passiert da eigentlich? Was wird mir denn jetzt präsentiert? Und zu begreifen und zu verstehen, was der Mechanismus ist, der dort gezeigt wird und der eben keine Kommunikation darstellt. Ich mache ein paar Beispiele. Wir sehen Politiker reden, wenn die eine Rede halten. Das ist keine Kommunikation. Das ist ein Auskotzen. Ja, oder ein Präsentieren von mentalen Inhalten. Das ist keine Kommunikation. Einem Politiker geht es nicht darum, in Kontakt mit den Zuständen von anderen Menschen zu kommen. Der hat eine völlig andere Agenda. Der hat völlig andere Interessen. Und das ist zu sehen in der Art, wie ein solcher Mensch agiert, redet, was wir dort gezeigt bekommen. Es gibt dort keine Verbindung. So ein Mensch fragt nicht, wie geht es dir? Oder wie ist denn deine Meinung? Oder lass uns mal das Gemeinsame dabei herausfinden. Oder lass uns gemeinsam die Wahrheit finden. Sondern das ist ein Krieg. Das ist ein Energie-Mental-Krieg. Ja, als Beispiel. Oder eine andere Variante. Ich habe jetzt gesehen, dass offensichtlich in den Massenmedien nun auch Ausschnitte zu sehen sind von alternativen Journalisten, sage ich mal. Und dass die dort eben lächerlich gemacht werden. Also da gab es eine Sendung, habe ich gesehen, welche ich den Sender jetzt nicht nenne. Aber dort wurden Demonstranten, alternative Journalisten, Journalisten, sogenannte Verschwörungstheoretiker, komplett durch den Kakao gezogen, lächerlich gemacht und dann mit viel eingespieltem Applaus das noch verstärkt. Und Gelächter. So bei dem Beispiel findet auch keine Kommunikation statt. Das heißt, der Sender, der Redakteur, die Regie, der Moderator, der das alles durchgeführt hat. Das ist ja eine ganze Mannschaft, die für solche Dinge verantwortlich sind, die da mitspielen bei dem Spiel. Ja, die haben nicht diese Leute eingeladen und versucht zu hören, was die denken und sich dann in einer Diskussion angeschaut, ob da was Wahres dran ist oder in einer gemeinsamen Diskussion herausgefunden, was wir denn machen können als Lösung. Nein, das ist keine Kommunikation. Es ist ein lächerlich machen. Es findet kein Austausch statt zwischen den Systemen. Und so sehen wir das überall. Überall sehen wir eine Nichtkommunikation. Und solange wir das aber nicht begreifen, solange kann man uns verarschen, weil das ist das Prinzip, wie wir beherrscht werden. Durch Teilen. Das Teile und Herrsch und dieses Teilen heißt, wir werden dazu konditioniert und angeleitet, eben nicht in einen Austausch zu treten. Und das beginnt ja schon in der Schule. Wir werden zu Konkurrenten, zu Feinden erzogen, statt uns mitzunehmen. statt in einen Austausch zu gehen. Und zwar unter allen Beteiligten. Lehrer, Schuldirektor, Putzpersonal, Schüler. Das sind alles, das ist alles aufgespalten. Und mit dem Blödsinn müssen wir aufhören. Und deswegen ist es hilfreich, das wirklich auch zu begreifen und zu erfassen, wenn mir wieder irgend so ein Mist in diesen Massenmedien präsentiert wird, dass ich dann eben genau sagen kann, das ist der Mechanismus und sehen kann, das ist wieder kein Austausch. Das ist wieder keine ehrliche Kommunikation. Es ist keine Begegnung zwischen Menschen. Und wenn das eine kritische Masse erfasst hat, dann bekommen wir hier was Neues. Vorher nicht. Vorher sind wir einfach nur Marionetten, die man durch die Gegend schieben kann und denen man erzählen kann, was man will. Und dann auch wenn man nur die Gäste mit dem schieben kann, dass man auch . Vielen Dank.